Mein Arbeitgeber ist die Firma Heinzler Industrie Systeme. Wir sind sehr breit aufgestellt, machen im Prinzip von der Hydraulik bis zur elektrischen Gebäudetechnik und Elektroniksteuerung so ziemlich alles, was das Technikerherz begehrt. Mir und meine Arbeit macht am meisten Spaß das Arbeiten mit den Mitarbeitern, mit den Menschen, das ist ganz klar. Das steht für mich im Vordergrund. Man kann alles schaffen, wenn man ein Team ist. Das Miteinander ist man eigentlich am wichtigsten. Wenn ich an Heinzel denke, denke ich eigentlich an unseren Slogan Technologie für höchste Ansprüche. Wir bauen Systeme für komplexe Kundenapplikationen und das Motto wird bei uns stieglich gelebt.